Vor dem Oberliga-Heimspiel des SSV Reutlingen gegen den FV Ravensburg am Samstag konnte der Verein noch einen Festakt begehen, nämlich die Einweihung des neuen Athletikzentrums im Stadion an der Kreuzeiche. Mit dabei waren auch Oberbürgermeister Thomas Keck und der Sportkreisvorsitzende Manuel Heilfinger. Die Leistungsteams haben nun künftig die Möglichkeit, mit modernsten Gerätschaften ihr Kraft- und Athletiktraining direkt vor Ort durchzuführen. Auch OB Keck und Manuel Heilfinger probierten die neuen Geräte gleich persönlich aus. Der Kraftraum konnte dank der Unterstützung der Partner Easy Sports Fitness und der GSA Gesundheitssportakademie realisiert werden.